Musik Vom Praxer Wildsee aus machen wir uns auf den Weg nach Kroatien. Wir fahren durch Italien, Slowenien und kommen dann irgendwann in Kroatien an. Da wir außerhalb der Schulferien unterwegs sind, haben wir keinen Stellplatz oder Campingplatz vorreserviert. Unser erstes Ziel war die Insel Krück in Kroatien. Leider haben wir dann bei der Ankunft erfahren, dass alle Axi-Stellplätze bereits belegt waren. So mussten wir uns auf die Schnelle einen neuen Plan überlegen. Wir haben uns dann für den Campingplatz Zaton Holiday Resort in Zaton entschieden, welcher auch in der Axi-Card inklusive ist. Und 1,47 Meter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben uns für den Stellplatz 921 entschieden und haben 25 Euro pro Übernachtung plus Kurtaxe bezahlt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020